Kurzer Einblick aus dem Winter, die Vögel zwitschern, so ein eierster Hauch von Frühling, die Bienen fliegen, die Vögel zwitschern, das Gras wird grüner schon und wir haben jetzt Samstag auf jeden Fall, ich meine so, was haben wir denn, 9. Februar irgendwie sowas, haben jetzt vom Wetter her so einfach das so gehabt, drei Wochen am Jahresende warm, jetzt relativ kalt, wir hatten sehr frostige Nächte immer, minus sieben Grad, tagsüber leicht im Plus, optimal schön gefrorener Boden, Sonnenschein, eigentlich ein super schönes Winterwetter, und jetzt heute und vor allem morgen am Sonntag, wird es ein bisschen wärmer, heute sind schon die ersten Bienen ganz vereinzelt geflogen und ja, das sieht man auch hier, weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, hier fliegt ein bisschen was, da fliegt ein bisschen was, da fällt uns auf, diese zwei Bienenvölker hier, da haben wir rechts eins, das fliegt eigentlich gar nicht, links ist deutlich mehr Betrieb, Bienenvölker sind natürlich total unterschiedlich, da muss man sagen, manche haben einfach keine Lust zu fliegen, also wenn nichts fliegt, heißt es nicht, dass das leer ist, aber wir schauen jetzt hier einfach mal rein, so, ja, man, ihr seht, was ich sehe, da unten sind Bienen, auf der Kamera sieht man es immer ein bisschen schlechter, also wie gesagt, fliegt nichts, heißt aber nicht, dass der Kasten leer ist. Bei so Fluglochkeulen ist natürlich immer ein bisschen aufzupassen, dass die nicht durch Totenfall verstopfen, da habe ich halt jetzt den Vorteil oder Nachteil, wie man es nennt, aber, dass meine Bienenkästen ja schon ein bisschen ins Alter gekommen sind, manche Ecken aufgehen und die sich oft hier so ein zweites kleines Flugloch finden lassen. Ja, herzlich willkommen wieder zum neuen Video, ich bin der Sebastian und wo stehen wir? Wir stehen vor unserem Karai Goldblüde. Heute wollen wir uns ein bisschen mit dem Bienenfutter im Frühjahr beschäftigen. Wer kennt das nicht, die letzten Tage, heute jetzt nicht, da regnet es und stürmt es. Die letzten Tage waren super warm, also für uns war es super warm, sagen wir mal, so 10 Grad, 12 Grad Sonnenschein, Bienen sind geflogen, es war richtig schön, man freut sich als Imker, wenn die Bienen dann schön fliegen, zum ersten Mal wieder, zum zweiten Mal in diesem Jahr. Und da gilt es halt aufzupassen, weil klar ist, die Bienenvögel können immer noch verhungern, das blüht in der Natur noch nicht so, dass sie einen nennenswerten Nektareintrag haben. Ich habe es zwar auf Instagram mal gezeigt, bei uns blüht schon eine Kirsche und ich muss mal hier ein bisschen mit dem Wind aufpassen, aber das ist ja jetzt nicht so, dass die Bienen das nutzen können und da Nektar sammeln und ihre Vorräte anlegen. Da sind wir ja schon noch ein bisschen weit davon entfernt, ein paar Wochen. Nach Möglichkeit schaue ich rein und warum schaue ich rein und hebe nicht nur an, sondern weil ich auch wissen will, wo ist das Futter. Das Futter soll ja da sein, wo die Biene sitzt und nicht auf der anderen Seite vom Kasten, jetzt übertrieben gesagt. Und das merke ich halt beim Anheben nicht, das merke ich nur, wenn ich reinschaue. Das stört die Bienenvölker nicht, wenn wir bei schönem Wetter zack, zack, fertig, reingeschaut, kontrolliert, alles ist gut. So, jetzt schauen wir aber, schön nutzen wir die Regenpause und flitzen zum Bienenvölker nach hinten. Da steht so irgendwas drauf, irgendwas, wo draufsteht. Oh, das ist aber eine kleine, kleine Kugel. Kommt mal her, wir wollen uns da nicht lange aufhalten bei dem Wetter. Eine kleine Kugel haben wir hier. Hier ist der Schied. Biene, Futterwabe, da sehe ich, da ist Futter drin. Hier ist schon keins mehr drin. Also ist auf jeden Fall was, da müssen wir füttern. Ich will nicht über das Wetter klagen, aber für die Bienen zieht es sich einfach da hin. Das ist, wenn ihr so seht hier, um mich rum, es blüht alles mittlerweile. Die Kirsche, glaube ich, jetzt in der dritten Woche, die ist jetzt langsam durch. Die Birne blüht seit einer Woche, die Äpfel fangen jetzt an. Die Bienenvölker stehen zum Teil echt Bombe da. Fünf, sechs Waben, Brut, voll und Moment, ihr seht es im Hintergrund, zum Teil ohne Honigraum. Ein bisschen ein befremdliches Bild, aber diesen Weg gehe ich dieses Jahr einfach mal, dass ich mir gesagt habe, die bringen jetzt nur diese zwei Tage schön und dann bringen sie schon wieder schlechtes Wetter. Wir lassen mal die Honigräume noch weg. Die werden wahrscheinlich sowieso nichts bringen, weil eben dieser Nektar-Eintrag nicht da ist. Ganz im Gegenteil, ich bin eigentlich jetzt seit drei, vier Wochen dabei, den Bienen eigentlich jede Woche wieder ein Schuck Futter zu geben, weil die einfach unheimlich knapp sind. Kein Mangel, aber sie sind knapp, sie brauchen das Futter. Man sieht es auch, es ist weg und Reserven sind relativ wenig. Warum mache ich das in so kleinen Gaben? Also ich mache das ja so, ich laufe da durch mit meinem Kanister. Oh, Telefon. Unpassender Moment. Ich laufe da durch mit meinem Kanister, habe ja das ganze Jahr den Niko Futter drauf, Gott sei Dank, mache die Sache einfach leichter und gebe denen so einen Schucker rein. Das mögen so 500 Gramm, 600 Gramm, 400 Gramm, was auch immer sein. Das mache ich einfach je nach Wetterbericht so ungefähr jede Woche. Dann habe ich ja jedes Mal auch die Hoffnung, dass das Wetter besser wird, weil das Thema ist natürlich auch ein Thema für den Geldbeutel. So einen Betrieb einmal mit fünf Kilo durchfüttern, ja. Wir hoffen. Wir hoffen. Bis zum nächsten Mal. Der Fehler und dann kommt halt so etwas raus, wie ich es euch noch gezeigt habe oder gleich zeige. Ich weiß nicht, warum ich das Video schneide draußen mit diesen Kästen, wo ich auf Kunshorum gebaut habe. Da nimmst du halt die Handkreissäge oder die Kettensäge oder was weiß ich. Aber jetzt so in dieser Kombination, in dieser Ecke jetzt hier, da kann die eigentlich ganz gut stehen. Man kann die auch relativ einfach verrutschen. Und da macht es gleich doppelt so viel Spaß, vor allem wenn jetzt auch die kalte Jahreszeit kommt. Ihr seht es da hinten, da haben wir ein Radio. Und dann nimmt man noch einen Kaffee mit und dann ist die Welt doch in Ordnung. Es ist ja immer dieses Thema mit Bio-Königinnen und Abideas. Und wahrscheinlich notgedrungen werden unsere Königinnen dann kein Bio mehr tragen. Weil mit diesen Holzabideas, also diesen Nachbauten aus Holz, da wirst du wahnsinnig. Da laufen die sind dann wieder nicht dicht, dann verziehen sie sich, wenn die Luft feuchter ist. Ganz undankbare Sache. Muss ich euch ehrlicherweise sagen, ist mir ein Missgeschick passiert. Und zwar ist mir die Brutraumzeuge runtergefallen. Da habe ich jetzt, das können wir hier noch ein bisschen besser machen, habe ich jetzt einfach einen Asch reingestellt, dass die da wieder hoffentlich hochlaufen können und wieder ein Flugloch finden. Ja, blöd. So, da sind wir. Gucken wir mal, wo der Michael ist. Michael. Ja, servus. Ich habe schon hier die Kamera. Grüß dich, hi. Hallo. Hi. Ja. So, Michael. Jetzt sind wir mal hier. Thema Oxalsäureverdampfung. Ja. Habe ich gedacht, komme ich mal zu euch. Ihr habt das ja hier alles im Petto. Den gibt es eigentlich schon länger. War natürlich, wie die meisten wissen, jetzt lange Zeit in Deutschland nicht erlaubt, die Oxalsäure zu verdampfen. Lucierlöffel. Ja. Der. Der auch verloren geht. Genau, der auch verloren geht. Also das haben wir auch schon. Ich glaube, da kann man gleich eine Zehnerpackung hier bestellen. Aber ich glaube, hier ist nur einer dabei. Der einzigste Nachteil an der Tante ist. Da geht die Meinung wieder aus. Und da bleiben wir immer relativ unabhängig. Das sind für alle da. Also ich hoffe, bei euch wird es ja auch so sein vor Weihnachten. Umso kälter, umso besser verkauft sich der Honig. Besonders gut natürlich vor Weihnachten. Und das geht natürlich so ein bisschen einher. Und Oxalsäurebehandlung ist ja jetzt nicht so zeitkritisch um diese Jahreszeit. Ob ich das jetzt heute mache oder morgen. Hauptsache man macht es vernünftig. Und halt nicht zu spät, wenn die Bienenvölker schon wieder in Brut sind. Das ist bei uns ja immer so um Weihnachten rum. Kann man sagen. Also ich hoffe, ihr habt da auch noch was zu behandeln. Weil was man so hört, gibt es ja zum Teil schon viele Verluste. Ich bin ja da ein bisschen konservativ, altmodisch. In der Regel arbeite ich nicht mit zwei Leisten pro Starter. Sondern ich mache ja relativ starke Starter und ich nehme eine Leiste in der Regel. Weil ich einfach, ich kann es euch nicht beweisen, weil ich die Larven nicht wiege, die fertigen Königinnen nicht wiege. Aber einfach der Meinung bin, dass hier halt schon viel Qualität verloren geht. Wenn ich hier, klar kann ich hier auch 60, 70 Zellen anziehen lassen. Aber da bin ich jetzt persönlich der Meinung, dass da halt schon Qualität verloren geht von der zukünftigen Königin. Vielleicht laufst du sogar nochmal nach und dann machst du die kaputt, weil die hier verklemmen beim Rausmachen. Also finde ich gar nicht zu gebrauchen, muss ich ehrlich sagen. Habe ich damals halt gekauft. Ihr seht, habe es dann auch so, wie es ist, weil es mich genervt hat, irgendeinen Schrank gepfeffert. Und jetzt halt für das Video wieder rausgesucht. Oxalsäurebehandlung steht heute an bei Schnee. Wir behandeln die Bienenvölker nochmal. Ich träufle das hier oben drauf. Gibt es auch andere Methoden. Die Varroamülle bekommt damit in Kontakt. Warum kommt sie damit in Kontakt? Weil die Bienenvölker natürlich im besten Fall keine Brut mehr haben. Das heißt, jede Varroamülle in diesem Bienenvölk muss auf einer Biene sitzen. Dann komme ich mit meiner Oxalsäure, meinem Varroamülle oder wie auch immer die Vendikamente letztendlich heißen, träufle das drauf. Durch den Zucker in der Mischung bleibt es an der Biene kleben. In der Wintertraube wird das verteilt von den Bienen durch Putzen, durch andere Sachen. Die Varroamülle wird auch getroffen. Zack, stirbt, fällt runter, ist weg, fertig. Oxuva, in dem Fall jetzt bei mir dieses Jahr, das Mittel der Wahl. Und Spritze. So, und jetzt gehe ich einfach da, wo der Bienensitz ist, zweimal so hin. Hier noch, zack, 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 zack. Auf dem Weg zum Bienenstand. Eigentlich bin ich endlich mal fertig mit der Oxalsäurebehandlung. Das war bei mir dieses Jahr etwas langwieriger. Immer kam was dazwischen, immer schiebst du dann noch ein bisschen, was anderes ist wichtig. Dann hat man ja auch unheimlich viel Regen. Du willst ja, oder ich will nicht im Größten die Schütte an die Bienen, dann regnet es oben noch rein. Wäre jetzt ein Vorteil für die Verdampfung, hat man ja in dem Video. Ja, aber nichtsdestotrotz bleibe ich erstmal beim Beträufeln. Auf jeden Fall nicht so widerstandsfähig. Umso kleiner die Biene ist. Deshalb ist es ja ganz gut, wenn man die Waben ausschmelzen. Die Biene baut wieder eine neuere, da schlüpft wieder eine größere Biene raus. Dann spielt natürlich dieses ganze Thema Rückstände auch bei sowas eine Rolle. Wenn das jetzt, ich sage mal, bei mir so eine Brutraumwabe zwei, drei Jahre alt ist, da kann sich natürlich auch irgendwelches Pflanzenzeug oder sonstiger Misch drin anreichern. Wollen wir auch nicht. Wie ist die Brutraumwabe?